Scheiße. Ich bin gespeit. Ich werde vergessen. Ich werde vergessen. Ich werde vergessen. Schön, dass Sie mit dabei sind, liebe Fußballfreunde. Noch befinden wir uns ja in der Gruppenphase dieses Turniers. Aber gleich hier, das ist ein Spiel, da könnten zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die vielleicht sogar zum Favoritenkreis zählen können. Das sagen jedenfalls einige Experten über diese beiden Teams. Ob sie denn auch den eigenen Ansprüchen und den Ansprüchen der Experten gerecht werden, das werden wir hier gleich erleben. Das Stadion erstrahlt, sowohl innen als auch außen. Wieder einmal in Nuller. Und der Fall ist über der Linie. Und von Bühner. Jeder Trainer muss froh sein, einen solchen Akteur in seinen Reihen zu haben. Sie haben auf das Tor gehofft und sie haben es ganz platziert. Durch ihn. Perfekt platziert. Ich lege mich da fest. Kein Torhüter der Welt hätte den gehalten. Präzise und hart. Sehr viel besser kann man nicht. Gefährlich. Der ist drin. Was für ein Katapultstart. Dicker Schnitzer vorm Torhüter und dafür bekommt er die Quittung. Jetzt tut er mir ein bisschen leid. Er weiß natürlich ganz genau, dieses Ding, das geht auf meine Kappe. So, 2-0 jetzt also. Überhaupt keine Frage. Eine Mannschaft hat hier gerade jetzt einen richtigen Lauf. Und den sollten sie jetzt versuchen auszubauen. Hier ist Lewandowski. Müller. Jetzt kann er zum Acht. Er schießt. Vielen Dank, lieber Pfosten. Gutes Dribbling, wenn auch ohne Erfolg. Das muss er wegstecken. Er hat eine Menge Talent. Und er ist immer für einen Treffer gut. Auch nach dieser vergebenen Chance. Müller. Alaba. Goretzka. Das könnte was werden. Und er schießt. Die Latte rettet. Oh je, die stehen da hinten aber mit sehr viel Gottvertrauen. Den Ball hat er klasse erobert. Die gegnerische Abwehr allerdings, die hat es ihm auch ganz schön leicht gemacht. Nichtsdestotrotz eine schöne Aktion. KRC Gank mit einem klaren taktischen Ziel. Schieß los. Welches? Sie versuchen ganz klar die ganze Breite des Platzes und damit die Flügel effektiv zu nutzen. Es geht über links. Er läuft da sehr schön mit zurück. Gute Defensivarbeit. Das macht ihn so wertvoll. Er ist ein echter Mannschaftsspieler. Er geht die Weiten. Er geht auch die schmerzhaften Wege zurück in die eigene Abwehr. Er zieht durch. Und noch eins. Was ist denn hier los? Was ist das für ein Fußballspiel? Der Torhüter kann den Ball nicht festhalten. Unser Team zahlt den Preis. Lovandos, Freunde, was ist denn hier los? Der Ball ist drin. Das hier, das ist kein Fußballteam. Das ist ein Überfallkommando. Absolut beeindruckend. Sie setzen hier noch eine drauf. Die spüren natürlich. Jetzt im Moment sind wir am Drücker und diese Situation müssen wir ausnutzen. Auf zur nächsten Chance. . . Vielen Dank. 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 Kuretzka im Vollsprit auf der linken Flanke. Vielen Dank. Und er ist in der Luft. Das ist in der Luft. Lewandowski. Lewandowski. Perisic. Perisic. Kimmich. Kimmich. Einwurf. Und er ist in der Luft. 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 میں妳哈囉. Und er ist in der Luft. Und er spielt an der, ba God Hiップ... ist in der Luft. Vielen Dank.